Moin Leute, willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die BLEX XANDERKONG Feuerwerksbatterie von Leslie. Hierbei handelt es sich um die schlechtere Charge. War ja damals ein Produktionsfehler. Die Batterie hat eine Schusszahl von 16 und eine NEM von ca. 96 Gramm. Ja, und das gute Teil werden wir jetzt draußen mal testen. Bis gleich. Und viel Spaß beim Test. BLEX XANDERKONG von Leslie Sehr schöne Kulisse hier. Halt sehr schön. BLEX XANDERKONG BLEX XANDERKONG BLEX XANDERKONG Bis zum nächsten Mal.